Aber wir sind als Asset-Servicing-Provider in diesem Geschäft agnostisch. Uns interessiert recht wenig, was die Asset-Klasse letztlich ist. Wir sind als Service-Provider für alle Asset-Klassen im Financial-Asset, so wie auch im Private-Equity- und Venture-Capital-Bereich am Start. Hallo und herzlich willkommen aus Mannheim beim großen Finale der fünften Staffel von Future Fun-Stars, bei der wir heute auch wieder einen hoffentlich kommenden Fun-Star küren werden, der mit einem Investment von bis zu drei Millionen Euro prämiert wird. Mit dabei als Sponsor auch unter anderem Björn Kogler von der LGT. Hallo, grüß dich auch hier in Mannheim. Hallo Tim, vielen Dank, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ja, ihr seid jetzt zum zweiten Mal in Folge dabei als Partner der Veranstaltung. Es gibt natürlich viele Veranstaltungen deutschlandweit, das wissen wir auch, aber wieso habt ihr euch entschieden eben auch weiterhin hier Partner bei Future Fun-Stars zu sein? Die LGT ist seit 2019 zurück in der Intermediär-Bedrohung in Deutschland. Dazu zählen neben Fondsmanagern, Asset-Managern auch Vermögensverwalter und Multifamily-Offices. Deshalb ist es für uns wichtig, in diesem Markt für ein gewisses Grundrauschen zu sorgen, Präsenz zu zeigen. Und da gehört diese Veranstaltung, wie auch die eine oder andere Veranstaltung dazu. Jetzt gab es letztes Jahr vor allem eben das große Fixed Income Comeback. Was für Trends erwartest du jetzt auf der Fondsauflagenseite auch für das laufende Jahr? Also wir sehen einen sehr starken Trend hin zu dem Pooling von Familienvermögen. Nicht nur durch die instabile politische Situation oder Lage, insbesondere in Deutschland, sondern auch vielleicht im weiteren europäischen Ausland sehen wir alternative Standorte. Wie Lichtenstein als EWR-Mitglied, nicht in der EU mit dem Schweizer Franken und nicht dem Euro als valide Alternative. Also wir sehen, was die geografische Diversifikation und Asset-Protection angeht. Lichtenstein sehr gut positioniert und bündet ein großes Momentum. Was du vielleicht auch meintest mit dem Thema Asset-Klassen. Der Zins ist zurück. Er wird sicher so schnell nicht verschwinden, auch wenn sich der eine oder andere das vielleicht wünscht. Ich glaube, dass der Inflationsdruck zwar abgenommen hat, aber das kann auch durchaus schnell wieder drehen. Neben Wandelanleihen und Fixed-Income-Produkten ist, glaube ich, wie so viele vorwegnehmen, die Multi-Asset-Klasse nicht tot. Sie muss nur angepasst werden. Aber wir sind als Asset-Servicing-Provider in diesem Geschäft agnostisch. Uns interessiert recht wenig, was die Asset-Klasse letztlich ist. Wir sind als Service-Provider für alle Asset-Klassen im Financial-Asset, so wie auch im Private-Equity- und Venture-Capital-Bereich am Start. Eine große Unterscheidung zur anderen Service-Kauf-Egen hast du schon angesprochen. Ihr seid eben in Lichtenstein beheimatet. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, was macht Lichtenstein eben so attraktiv? Ja, wir nennen das gerne das Beste aus zwei Welten. Zum einen der Zugang zur EU durch die EWM-Mitgliedschaft mit sehr schnellem Time-to-Market. In zehn Tagen ist ein USITZ-Fonds genehmigt, in 20 ein AIF. Totaler EU-Äquivalenz in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Die USITZ-Direktive OGAF in Deutschland, die IFMD ist umgesetzt, die MEFIT, der allgemeine Informationsaustausch. Wir trommeln einfach, um Lichtenstein zu positionieren als EU-äquivalentes Domizil mit all seinen Vorteilen. In die EU, was auch den Vertrieb von VORS angeht und in den Schweizer Markt. Denn seit 1924 hat Lichtenstein mit der Schweiz den Zoll- und Währungsvertrag. Das gibt es nur in Lichtenstein. Und dafür wollen wir die Marktteilnehmer sensibilisieren, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Deshalb sind wir auch hier. Und das ist ja nicht nur so, dass ihr durch den Fondsstandort punkten wollt oder punkten könnt. Was macht euch vielleicht generell auch oder unterscheidet euch generell auch von anderen Service-Cover-Gehen? Ja, also die LGT ist die größte Privatbank im Familienbesitz. Wir haben lediglich Private Banking und Asset Management als Dienstleistung. Das macht uns sehr risikoavers in stürmischem Umfeld. Kein Investmentbanking, kein großes Corporate Banking. Sehr gut kapitalisiert, ein Sharehunder, sehr langfristig ausgerichtet. Nicht nur innerhalb der Belegschaft, sondern auch in Richtung Kunden kriegen wir das immer wieder gespiegelt. Wir wollen mit Kunden wachsen, sprich mit kleinerem Einstiegsvolumen Fonds anbieten. Und dann auch in Richtung Nachhaltigkeit Support geben. Artikel 8, Artikel 9 Fonds sind mit uns und auch Reporting von der LGT auflegbar, umsetzbar. Das unterscheidet uns im Wesentlichen, das denken in Dekaden nicht so sehr in Quartalen. Insofern ein flexibler Partner mit dem Fondsstandort Lichtenstein auch als Diversifikation und möglicherweise für neue Fonds und auch bestehendes Familienvermögen will die LGT sein, sagt Björn Kogler. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. So ist es. Wir freuen uns auf Kontaktaufnahme. Danke, Tim.